Der Starfighter. Eine Wunderwaffe im Kalten Krieg. Doch die Überschalljets stürzen die Bundeswehr in eine ihrer größten Krisen. Als fliegende Särge. Starfighter war verbunden mit dem Begriff Witwenmacher. Und den Titel und dem Begriff gab es zu Recht. Fast 270 Maschinen stürzen ab. 116 Piloten sterben. In Friedenszeiten. Im Grunde ist der Starfighter damit ein Todesengel. Die F-104 steht plötzlich für Korruptionsverdacht. Für tödlichen Pfusch auf Hightech-Niveau, der viele Fragen aufwirft. Bei so vielen kann es kein Pilotenfehler sein. Doch noch wird der Skandal heruntergespielt. Jede Luftwaffe der Welt muss bereits im Frieden mit einer gewissen Verlustrate rechnen. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat. Das ist eine böswillige Irreführung. Sie haben getäuscht. Sie haben betrogen. Sie haben gelogen. Ich wiederhole mein Ehrenwort. Der 19. Juni 1962. Auf dem Fliegerhaus Nörwenich bei Düren ahnt noch niemand, dass dieser Tag in einer Katastrophe enden wird. Die Kunstflugstaffel der Bundeswehr probt den Formationsflug. Morgen soll der hochmoderne Starfighter feierlich in Dienst gestellt werden. An dem Tag herrschte wolkiges Wetter. Wir schauten den allen zu und es verschwand diese Viererformation in der Wolke. Drei deutsche Top-Piloten folgen dem amerikanischen Formationsführer. Wenn ich mich recht erinnere, ersetzte er zu einer kubanischen Acht an. Das ist eine bestimmte Flugfigur, die auch einen Looping beinhaltet. Und als sie aus der Wolke rauskamen, dann wussten wir, dass schaffen die nicht. Sie stützen nämlich senkrecht nach unten. Also die flogen zu viert in den Boden und sind explodiert. Die vier waren natürlich sofort tot. Da blieb nichts mehr über. Es gab dann die Rauchpilze in der Nähe von Knapsack, von diesem Braunkohlegebiet. Wir waren total geschockt, stellten die Maschinen ab und gingen die Staffel und waren fassungslos über das, was passiert ist. Aus der geplanten Premierenfeier wird ein erschütterndes Begräbnis. Und der rätselhafte Unfall zum Vorboten einer der größten Skandale der Bundeswehr. Seine Anfänge liegen schon Jahre zurück. Im Zweiten Weltkrieg legen deutsche Bomber halb Europa in Schutt und Asche. Nach Kriegsende wird Deutschland von den Alliierten entmilitarisiert. Rüstungsbetriebe erhalten ein Produktionsverbot. Zehn Jahre lang. Beim Aufbau der Bundeswehr kann man schon sagen, für die Luftwaffe, die neu aufzubauen war, im Wesentlichen natürlich auch für Marien und Her, gab es eine Stunde Null. Es war ebenso gut wie nichts da. Es musste alles neu beschafft werden. Der erste Bundeskanzler, Konrad Adenauer, will Westdeutschland in das militärische Bündnis der NATO einbinden. Nach der Gründung der Bundesrepublik war für Konrad Adenauer klar, dass ein souveräner Staat über eine Armee verfügen muss. Er muss in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. 1955 gibt die NATO grünes Licht für westdeutsche Streitkräfte. Die Bundeswehr wird gegründet. Von dem Zeitpunkt an musste natürlich dann eine Armee sehr, sehr schnell aufgebaut werden. Darin lag eines der Probleme für die neue Bundeswehr, weil die Planungen der NATO für den Aufbau der Bundeswehr völlig überhöht waren. November 1955. Die Vereidigung der ersten Freiwilligen. Die Wehrpflicht wird erst ein Jahr später eingeführt. Damit ist auch Deutschland Akteur im Kalten Krieg zwischen den Supermächten USA und UdSSR. Verteidigungsminister Franz Josef Strauß will einer möglichen Gefahr aus dem Osten entgegentreten. Nach wie vor ist die Bundesrepublik durch das militärische Potenzial und die unverändert gebliebene politische und ideologische Zielsetzung der Sowjetunion einer ernsten Bedrohung ausgesetzt. Es ist der Beginn des Wettrüstens. Die NATO-Doktrin der sogenannten massiven Vergeltung soll den Warschauer Pakt in Schach halten. Die Sowjetunion und ihre Verbündeten oder Satellitenstaaten musste davon ausgehen, wenn sie mit einem kriegerischen Konflikt beginnen, werden die Weststaaten schnell zu Atomwaffen greifen, um diesen Konflikt auch zu beenden. Für einen solchen Atomschlag jedoch braucht die Bundeswehr ein geeignetes Flugzeug. Ein neues Modell des US-Flugzeugherstellers Lockheed kommt in Betracht. Der Starfighter. Besonders schnell, besonders steigfähig. Also das war der Maserati unter den Jets. Es gab nichts Vergleichbares zur damaligen Zeit. Diese Rakete mit einem Mann drin, mit einem Triebwerk, ultrakurzen Stummelflügeln und extremen Flugleistungen. Also das konnte man sich gar nicht vorstellen. Der Starfighter hält als erstes Flugzeug alle Rekorde gleichzeitig. Für Geschwindigkeit, Höhe und Steigrate. Das kraftvolle Triebwerk und die kurzen Flügel ermöglichen doppelte Schallgeschwindigkeit. Die US Air Force selbst kauft knapp 300 Maschinen. Zum Verkaufsschlager wird der Starfighter erst mit dem Auftrag aus Deutschland. Man hat sich auf dem Weltmarkt umgeguckt, hat zunächst mal 14 Flugzeugtypen bewertet. Wobei man dazu sagen muss, die meisten Flugzeugtypen gab es nur als Modell. Sodass die der Reihe nach ausschieden. Weil man sagt, das ist unkalkulierbar. Wir wissen auch nicht, wann das gebaut wird, wie lange das dauert. Und die MIG-Jäger sind nun mal da. Also es muss jetzt auch schnell gehen. Der neue Kampfjet soll ein Alleskönner sein. Die Luftwaffe hat sehr früh gesagt, wir müssen schauen, dass wir ein mehrrollenfähiges Flugzeug bekommen. Eins, das mehrere Aufgaben machen kann, weil wir sonst unsere eigene Organisation, insbesondere aber auch Logistik, Wartung, Instandhaltung überfordern. 1957 testen deutsche Experten drei Düsenjäger, darunter den Starfighter. Doch der überzeugt nicht jeden. Die Marine will lieber einen Jagdbomber aus England. Mit zwei Triebwerken. Der Jet aus dem Hosenaukis verfügt nur über eine Antriebseinheit. Die Marine wollte das Flugzeug nicht haben, das ist heute bekannt. Wir haben es dann bekommen, weil wir natürlich mit der Luftwaffe ein zweites Flugzeug konnte sich die Bundeswehr für die kleine Marine nicht leisten. Also in unserem Fall wurde dann einfach das gemeinsame Produkt Lockheed Starfighter gekauft. Der Starfighter kann Atomwaffen tragen. Strauß hat sich für Starfighter entschieden aus einem ganz einfachen Grund. Nicht, weil das so ein dolles Flugzeug war, das war es auch, in vielfacher Hinsicht. Sondern, weil er mit der atomaren Rüstung ein bisschen liebäugelte. Die Amerikaner wollen Atomwaffen in der Bundesrepublik stationieren. Es ging jetzt nicht um sozusagen die Absicht von Strauß selber den Finger am Drücker von Atomwaffen zu haben, sondern immer integriert unter NATO-Befehl. Doch in der Bevölkerung regt sich Widerstand. Wenn wir Bundeswehr und Atomwaffen betrachten, dann stellen wir fest, dass wir auf der Straße eine lautstarke Unimischbewegung sehen. Nach den Grausamkeiten des Dritten Reiches wollen die Deutschen keinen Krieg mehr. Und schon gar keinen Atomkrieg. Man muss natürlich wissen, dass der Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki war 13 Jahre her erst. Das war sozusagen, wie gefährlich Atomwaffen sind, das war nun vor jedermanns Augen. Also insofern war immer die Frage, wenn wir welche haben, erhöht das ja auch die Bedrohung, dass wir mit Atomwaffen angegriffen werden. Protest erheben auch die Schriftsteller der Gruppe 47. Darunter Heinrich Böll und Günter Grass. 1958 sind mehr als eine Million Menschen auf den Straßen. Doch die NATO setzt auf atomare Abschreckung. Wir waren im Höhepunkt des Kalten Krieges. Wir mussten irgendwas darstellen, wir mussten irgendwas hinstellen. Und mussten den anderen zeigen, Leute, wenn ihr uns an die Wäsche wollt, wir sind auch noch da, und zwar mit Stafheitern und mit der Atombombe. Im Mittelpunkt der Beschaffung, Verteidigungsminister Franz Josef Strauß. Schon damals umgeben mit Skandalen und Affären. Der Metzgers Sohn macht nach dem Zweiten Weltkrieg in der CSU eine Blitzkarriere. Er möchte mehr. Er möchte nicht nur Atomminister oder Verteidigungsminister sein, er möchte letztlich irgendwann ins Kanzleramt. Und da spielt er auf allen Klaviaturen, da benutzt er alle Netzwerke, um voranzukommen. Und das Verteidigungsministerium ist in dem Moment natürlich ein großes Ministerium, ein wichtiges, wo man mit allen wichtigen Nationen, die eine Bindung und Beziehungen zur Bundesrepublik haben, ins Gespräch kommt. Strauß scheint genau der Richtige für den Job. Strauß ist Flieger gewesen. Strauß ist jemand gewesen, der sehr durchsetzungsfähig war. Und Strauß ist jemand gewesen, der sich über Widerstände hinwegsetzte. 1956 lässt Franz-Josef Strauß den Panzer HS-30 für die Bundeswehr anschaffen, obwohl es bis dahin nur Modelle gibt. Medien berichten, der Minister habe bei dem Geschäft Millionensummen kassiert. Doch Beweise gibt es keine. Zwei Jahre später steht die Beschaffung von Kampfjets an. Die Bundesregierung favorisiert zunächst ein französisches Modell. Adenauer und Strauß wollten nicht den Starrfeiter, sondern sie wollten den Mirage. Ehrlich gesagt nicht aus besonders gravierenden Sachgründen, sondern weil sie die französisch-deutsche Zusammenarbeit fördern wollten. Die gesamte Luftwaffenführung war für den Starrfeiter. 1958 reist Strauß zu Lockheed in die USA. Bei seiner Rückkehr weicht er Nachfragen aus. Es sind keinerlei Abschlüsse erzielt worden. Das heißt, zwei meiner Mitarbeiter haben für ihre Kinder gestern in New York noch Kinderpistolen gekauft. Das ist die einzige Waffe, die überhaupt während dieser Reise gekauft worden ist. Die Entscheidung jedoch scheint gefallen. Neuer Favorit ist plötzlich der Starfighter. Als die Bundesregierung im März 1959 Lockheed den Zuschlag erteilt, keimt erneut Korruptionsverdacht gegen Strauß auf. Jahre später kommt heraus, Lockheed hat weltweit Schmiergelder gezahlt. Unter anderem auch an Prinz Bernhard in den Niederlanden, der von allen Ämtern zurücktritt. In der Lockheed-Affäre wurde öffentlich, dass im Ausland Gelder gezahlt worden sind, Schmiergelder gezahlt worden sind, um den Auftrag für den Starfighter zu vergeben. Und es war hier zu befürchten, dass das auch in Deutschland passiert war, sprich, dass Franz Josef Strauß und vielleicht auch noch andere einflussreiche Verteidigungspolitiker Schwarzgelder erhalten haben. Hat Lockheed auch an Deutsche gezahlt? Rüstungsaufträge und Korruption sind systemimmonent über alle Zeiten, weil das Riesensummen sind. Rüstung ist unfassbares Geschäft. Deutsche Ermittler wollen herausfinden, ob Strauß von Lockheed bestochen wurde. Doch wichtige Akten sind plötzlich verschwunden. Das ist dann in Untersuchungsausschüssen, in Hunderten von Zeitungsartikeln, von investigativen, scheininvestigativen Artikeln, in einer sehr virtuosen Verdachtsberichterstattung ausgewalzt worden. Am Ende bleibt es dabei, dass die allgemeine Lebenserfahrung, das für sehr unwahrscheinlich erachten lässt, dass ausgerechnet in Deutschland kein Geld geflossen ist. Aber bewiesen wurde nichts. Der Starfighter Deal befriedigt militärische und wirtschaftspolitische Bedürfnisse. Die Luftfahrtindustrie in der Bundesrepublik Deutschland kommt erst nach 1956, 1957 ins Laufen. Die muss sich im Endeffekt neu etablieren. Lockheed bietet an, den Starfighter in Lizenz bauen zu lassen. Insgesamt 15 Nationen entscheiden sich für das Modell. In Europa entstehen 100.000 Arbeitsplätze. Im Einsatz sind 25 Werke, drei Triebwerksfirmen und 36 Elektronikunternehmen. Das Flugzeug wird nach deutschen Extrawünschen umgebaut. Dadurch wiegt der Jet fast ein Drittel mehr als der amerikanische Prototyp. Jeder in der Luftwaffe wollte irgendwas Besonderes von diesem Flugzeug, was das Grundmodell nicht hergab. Und das führte dann dazu, dass für Deutschland eine eigene Variante des Starfighters am Ende produziert worden ist, gemäß den Beschaffungswünschen der Luftwaffe, die dann sehr, sehr weit entfernt war von dem Ursprungsmodell. Unter anderem war die Maschine dadurch sehr viel schwerer. Und im Grunde liegen da dann auch die Gründe für die späteren Unglücke, die geschehen sind. Die Umrüstung bedeutet auch für die Piloten neue Herausforderungen. Sie müssen ein Flugzeug steuern, das einer Rakete ähnelt. Man bekommt also einen Tritt in den berühmten Hintern und dann geht's los. Schon der Start ist riskant. Man muss sich dann sehr konzentrieren, weil der Starfighter so unglaublich beschleunigt, dass man nach wenigen Sekunden das Fahrwerk und die Landeklappen einfahren muss, sonst fliegen einem die Fahrwerkstüren davon. Da gab's ein Sprichwort, you have to treat her like a lady or she will kill you. Ein Kampfjet als die war, die auch mal launisch reagiert. Beherrschbar nur von Top-Piloten. Wir waren Auserwählte und wir waren die Besten, auch wenn viele, wie sich dann rausstellt, überfordert waren. Wir waren trotzdem die Besten. Aber sie waren überfordert, weil der Flieger den einen Fehler, den die in ihrer ganzen Karriere gemacht haben, nicht verziehen hat. Der Flieger hat gesagt, nee, mit mir nicht, Boms. Ende der Fahnenstange. Wolf Beck ist damals Marinepilot. Er erlebt die Anfangszeit des Starfighters hautnah mit und fängt seine Erlebnisse mit der Kamera ein. Rund ein Jahr verbringt Beck auf der Luke Air Force Base in den USA und lernt Starfighter fliegen. Für mich war das der Traum. Das war für mich der Traum. Das wollte ich werden und das bin ich geworden. Im Grunde habe ich meine Hobbys alles zum Beruf gemacht. Während die ersten deutschen Starfighter-Piloten ausgebildet werden, schottet sich der Osten ab. Der Bau der Berliner Mauer führt vor Augen, wie schnell der Kalte Krieg heiß werden könnte. Deutschland liegt nicht irgendwo. Deutschland liegt genau an der Nahtstelle, nicht nur der deutschen Teilung, sondern der Teilung des Kontinents und der beiden konfrontativen Blöcke NATO und Warschauer Pakt. Mit anderen Worten, wenn irgendwo es beginnt zu brennen, dann zuerst in Deutschland. Wo sonst? Der Feind zum Greifen nah. Das war im Prinzip ein ganz interessantes Szenario, weil dieser Warschauer Pakt direkt vor unserer Haustür lag. Natürlich haben wir von oben alle ihre Schießgebiete gesehen, wir haben ihre Basen gesehen, wir konnten ihren Funk hören. Während der Kuba-Krise 1962 steht die Welt kurz vor dem Atomkrieg. In den folgenden Jahren präsentiert das Westfernsehen den Starfighter als Abwehrwaffe. Die Kommandozentrale, kurz SOC, befiehlt den Einsatz von Abfangjägern. Feindberührung. In der Hochphase fliegen 13 deutsche Verbände den Starfighter. Als Rückgrat der nuklearen Abschreckung. Für die Piloten ein eher mulmiges Gefühl. 60 bis 90, auch 100 Wochenstunden. Wir haben zwar fürchterlich viel Skat gespielt in der Zeit, aber die Belastung war immer, unter dem Flugzeug hängt eine Atombombe. Mitte der 60er Jahre stehen in drei deutschen Geschwadern Starfighter für den Blitzstart bereit. Im Ernstfall sollen sie US-Atombomben tragen. Und der Ernstfall erscheint beiden Seiten jederzeit möglich. Im Training üben deutsche Piloten für den Tag X. Es lief einem schon den Rücken runter und man hat sich aufgedacht, was ist, wenn einer den Knopf drückt. Und es wurde ja mehrfach fast der Knopf gedrückt. In einem Atomkrieg droht den Piloten ein Himmelfahrtskommando. Wenn mir einer befohlen hätte, du steigst da jetzt ein und du kriegst die A-Bombe drunter und du fließt jetzt nach Rostock-Lage oder nach Warschau, kommst aber nicht wieder zurück, weil Sprit nicht reicht, dann wäre ich da hingeflogen. Und meine Frau lacht immer, wenn ich sage, ich hätte auch getroffen. Noch vor der offiziellen Indienststellung gibt es die ersten tödlichen Unfälle. Der Absturz der Kunstflugformation im Juni 1962 ist ein Schock. Am nächsten Tag sollte der Starfighter seine festliche Premiere am Himmel geben. Stattdessen finden drei deutsche Piloten den Tod. Bis 1964 stürzen insgesamt 19 Maschinen ab. Neun Piloten sterben. 1965, 1966 ist wirklich eine Katastrophenzeit, weil die Bundeswehr innerhalb von 18 Monaten 44 Starfighter verliert. Das ist ein ganzes Geschwader. Die Unglücksserie reißt nicht ab. Es stürzen immer Flugzeuge ab, auch viele, aber es sind Jahrhunderte abgestürzt. Und das ist ein so, im Grunde ist der Starfighter damit ein Todesengel. Und innerhalb kürzester Zeit stürzen die, fallen die vom Himmel. Und sie fallen regelrecht vom Himmel. Eine Schwachstelle ist das Triebwerk. Es ermöglicht Höchstleistung, ist ammeranfällig. Fällt es aus, stürzt die Maschine wie ein Stein zu Boden. Achillesferse des Starfighters war und blieb die Einmotorigkeit. Ein großer Vogelschwarm und die Reise konnte zu Ende sein. Ein Kampfjet, der bei Problemen den eigenen Piloten tötet. Das Flugzeug verzeiht nichts. Wenn Sie die Limits überschreiten, gibt es auch nicht die Möglichkeit, noch mal ein bisschen kräftiger zu ziehen. Und ich schaffe das schon. Nein, das geht nicht. Der Flieger hat seine Parameter. Und wenn Sie die überschreiten, dann geht es nur noch in eine Richtung. Neben dem Triebwerk gibt es weitere Mängel. Der Schleudersitz, Modellbezeichnung C2, kann zur tödlichen Falle werden. Ich hätte mit dem C2-Sitz damals keine Probleme gehabt. Warum? Ich war genau 1,75 Meter groß und 75 Kilo schwer. Und das waren die Designkriterien für diesen C2-Schleudersitz. Das heißt, der absolute Durchschnitts-Normalmensch kam mit dem Ding gut raus. Was anderes war es, wenn jemand kleiner war oder dicker oder schwerer oder größer. Ein weiteres Problem ist die offene Schubdüse. Manchmal öffnet sie sich komplett, ohne danach wieder zu schließen. Der Schubverlust wird zum Verhängnis. Das war ein riesengroßer Skandal, den ja letztlich, die Ursache dafür war ja letztlich, dass das Flugzeug noch gar nicht so fertig war, wie es eigentlich sein sollte. Das Flugzeug war eigentlich mit der gesamten Logistik drumherum noch gar nicht so richtig einsatzbereit. Die Bundeswehr ist noch im Aufbau. Es mangelt an Ersatzteilen und Hangars. Die Luftwaffe hat es versäumt, die Bundeswehr hat es versäumt, für dieses Waffensystem die angemessene Umgebung zu schaffen. Viele Jets stehen bei Wind und Wetter im Freien. Das wusste man in der Luftwaffe, aber man hat es nicht geschafft, Abhilfe zu schaffen. Vor jedem Start ist ein genauer Check nötig. Für viele Mechaniker aber ist der Starfighter Neuland. So ein Flugzeug ist ja nicht so ein blöder Fiat 500, sondern das ist ein ziemlich komplexes Ding. Dann kam die Elektrik, dann kam die Elektronik. Da muss die Leute haben, die überhaupt wissen, wie geht das. Aber die muss erst mal ausbilden. Aber das Flugzeug steht schon da. Wenn auch nicht in ausreichender Zahl. Für das Flugtraining fehlen Maschinen. Und die hohen Absturzzahlen nagen am Vertrauen. Alle zwei Wochen fiel einer runter. Man hat sich jeden Tag von seiner Familie, ich hatte damals zuerst einen Sohn, nachher einen zweiten, von seiner Familie verabschiedet, als wenn es das letzte Mal wäre. Viele Piloten hinterlassen Frau und Kinder. Nach jedem Unfall wird der Flugbetrieb eingestellt. Und eine Kommunikationssperre verhängt. Meine Frau hat mir oft gesagt, wie oft standen wir an den Fenstern und haben geguckt, wenn plötzlich der Flugbetrieb aufgehört hat, kommt da jetzt ein grüner Wagen und steigt der Commodore aus mit dem Pfarrer oder dem Fliegerarzt und kommt bloß nicht auf meinen Eingang zu. Es war wirklich furchtbar. 1966 erhält Gerlinde Landsberg die traurige Nachricht. Die Liste der Starfighter-Opfer wird immer länger. Der Manfred, also mein gestorbener Ehepartner, der war glaube ich Nummer 40 oder 41 oder was. Und das ist ja schon schlimm genug, denn wenn man sich vorstellt, heute ein Panzer nach dem anderen wird die eigene Besatzung töten, dann würde man ja irgendwann anfangen nachzudenken. Das haben sie aber da gar nicht gemacht. Das hat man einfach hingenommen. Als Manfred Hippel am 13. Juni 1966 über Holland fliegt, ist das junge Paar erst zwei Jahre verheiratet, seine Ehefrau mit dem zweiten Kind schwanger. Der 27-jährige Oberleutnant gilt als erfahrener Pilot. Trotzdem stößt er an diesem Tag mit der Maschine eines Kameraden zusammen und kann nur noch tot aus dem Eiselmeer geborgen werden. Und dann hat er sich mit dem Schleudersitz noch gerettet und der Fallschirm hat ihn dann ertränkt. Muss ein ganz schlimmer Tod gewesen sein, denke ich. Hippels Absturz bleibt ohne Konsequenz. Die Unglücksursache ein Rätsel. Und dann hat auch keine Firma mehr sich drum gerissen, dass sie das nachvollziehen oder prüfen können oder was. Ob der Fallschirm wirklich das so runterdrücken kann oder was, weiß man nicht. Hat auch niemand danach gefragt. Die Luftwaffe sucht die Schuld auch bei den Piloten. Man hat ja oft gesagt, das war ein Pilotenfehler am Anfang. Bei so vielen kann es kein Pilotenfehler sein. Sollen menschliche Fehler über technische Mängel hinwegtäuschen? Es musste irgendwo in die Statistik rein, dass die Technik gut war. Und so hat man also oftmals die Schuld auf, quasi Schuld auf Piloten geschoben. Wo aber der Auslöser ein technischer Fehler war. Im selben Jahr stürzen weitere 22 Maschinen ab. Das Verblüffende an der Geschichte, finde ich, immer wieder ist, dass die, die mit dem Flugzeug umzugehen hatten, die glaubten und jedenfalls außenstehen, ja jedes Mal sie fragen mussten, komme ich nochmal heil runter, von diesem Flugzeug restlos begeistert waren. Und sagten, das ist eine dolle Maschine. Die fliege ich so gern. Gefahr und Faszination. Dann zieht die Nase langsam hoch und geht hoch weit über die Troposphäre. Man sieht die Erdkrümmung von da oben. Dann geht man hoch auf 40.000, 45.000 Fuß. Das nimmt man dann mit. Das sind auch Bilder, die einem bleiben. Doch ist der Starfighter überhaupt einsatzfähig? 1966 gerät die Bundeswehr unter massiven Beschuss. Nachdem vorher immer wieder im Verteidigungsausschuss auch geheim darüber verhandelt worden ist, gab es dann eine große öffentliche Debatte mit ganz scharfen Attacken auf den Starfighter. Diese Unfallrate ist innerhalb der ganzen NATO anormal und wird innerhalb der ganzen NATO, siehe Ersend, als beunruhigend beurteilt. Wie lange soll es eigentlich noch dauern, bis wir nun endlich Maßnahmen hier vorgetragen kriegen, die wirkungsvoll das Dilemma beheben? Seit 1963 ist Kai-Uwe von Hassel Verteidigungsminister. Er versucht, die Krise kleinzureden. Jede Luftwaffe der Welt muss bereits im Frieden mit einer gewissen Verlustrate rechnen. Unfälle werden sich nicht verhindern lassen. Ersend, die oberste Luftwaffenkommandobehörde der NATO in Europa Mitte, rechnet mit einer Rate von 15 bis 20 Unfällen je 100.000 Flugstunden. 1965 liegt die Rate aber viermal höher. Jahre später ist von Hassel selbst betroffen. Sein Sohn Joachim ist Marinepilot. Am 10. März 1970 fliegt er im Starfighter über Norddeutschland. Ich bin sein Flight Leader gewesen. Wir waren zu dritt. So, vorne weg, einer auf der einen Seite, von Hassel auf der anderen Seite. Auf dem Heimflug hat Schwarmführer Beek plötzlich Probleme. Joachim von Hassel kommt ihm zu Hilfe. Er hat sich hinter mich gesetzt, hat gesagt, ja, dein blödes Seitenruder, das schlägt ja immer aus. Habe ich gesagt, gut, ich mache geradeaus eine Landung. So, dann ist er neben mir geflogen. Ich bin aufgesetzt, er ist durchgestartet. Weil die Sicht diesig war, kriegte er einen Anflug mit dem Radar. Während sein Kollege landet, muss von Hassel noch eine Platzrunde fliegen. 20 Minuten später war ich in der Staffel. Und der erste, der mich auf dem Flur in der Staffel angesprochen hat, war, glaube ich, der Einsatzhofzieher. Und sagte, Buddy, wo hast du den Jochen gelassen? Ich so, wieso, der muss doch jetzt, der ist im GCE, der kommt gleich. Doch von Hassel kehrt nicht zurück. Sein Flugzeug stürzt in einen Wald. Die offizielle Unfallursache bleibt ungeklärt. Dann wurde untersucht. Und dann wurde letztlich kein technischer Fehler gefunden. Aber man nimmt an, dass er einen Schwächeanfall gehabt hat, weil er angeblich nicht gefrühstückt hat. Wieder sucht man den Fehler beim Piloten. Dabei gibt es Zeugen, die von Hassel beim Frühstück gesehen haben. Ich bin nie gefragt worden von keinem. Und ich habe mir nicht am Frühstückstisch gesessen. Der Vater verliert seinen Sohn durch den Kampfjet, den er politisch jahrelang verteidigt hat. Es hat den Kai-Uwe von Hassel in jeder Hinsicht getroffen. Vielleicht hat es ihm auch aufgezeigt, dass er in den 60er-Jahren nicht mit der nötigen Strenge oder auch Konsequenz dieses Problem verfolgt hat. Das zeigt letztlich einen Minister, der in der Nachbetrachtung mit dieser Aufgabe überfordert war. Fast täglich macht der Staff heute Schlagzeilen. 1966 steigen die Unfallzahlen weiter an. Im gerade erst gegründeten ZDF versucht der spätere Chefredakteur Rudolf Woller, die Kritik auf den Punkt zu bringen. Man kann sich nicht einfach für ein paar Milliarden Mark Sicherheit kaufen, indem man ein paar hundert moderne Flugzeuge anschafft und sich nachher nicht mehr darum kümmert. Wie viele Piloten müssen noch sterben? Mit jedem neuen Absturz rücken die Medien diese Frage weiter ins öffentliche Bewusstsein. In der Starfighter-Affäre wurden die Journalisten zu Art Chefankläger. Das zeigt das gesamte Potenzial des Medienskandals. Der einst hochgelobte Jet wird inzwischen Witwenmacher und fliegender Sarg genannt. Und er fordert sein nächstes Opfer, einen 33-jährigen Oberleutnant. Der Unfall von Siegfried Arndt im Juli 1966 war der mediale Turning Point für die Starfighter-Krise. Über der Nordsee reagiert Arndts Flugzeug plötzlich nicht mehr. Er zündet den Schleudersitz und stürzt ins Meer. Seine Frau kann nur noch hoffen. Sie hoffen trotzdem noch. In der Nacht hören sie, dass jemand reinkommt ins Haus und so. Oder sie hören ihn schreien oder irgendwas. Doch Siegfried Arndt ist ertrunken. Seine Bergung misslingt. Auf peinliche Weise. Dass er nachher noch von dem Minensuchboot überfahren wurde, ist dann nur noch die Übersteigerung dieser Katastrophe an sich. Es zeigte sich aber auch sehr schnell in der Untersuchung des ganzen Falls, dass der falsche Mängel hatte. Zwei Wochen später wird Arndts Leiche angeschwemmt. Seine Frau hatte bis zuletzt auf ein Wunder gehofft. Zwei Bundeswehrsoldaten standen vor der Tür. Und da wusste ich Bescheid. Da wusste ich sofort Bescheid. Wieso musste Arndt ertrinken? Trotz funktionierendem Schleudersitz? Und warum wurde er nicht früher gefunden? Diese ganzen vielen kleinen Fehler haben sich summiert und haben im Endeffekt den damaligen Verteidigungsminister von Hassel und natürlich auch den Inspekteur der Lofwaffe, Panitzki, an die Wand gedrückt. Werner Panitzki tritt zurück. Der Minister aber will im Amt bleiben. Von Hassel braucht einen anderen Typ General. Er setzt Johannes Steinhoff als neuen Inspekteur der Luftwaffe ein. Der ehemalige Jagdflieger hatte 1945 nur knapp überlebt, als sein Flugzeug in Flammen aufging. Sie haben da einen Mann, den man ansieht, im Gesicht ansieht, dass er selber mit Flugzeugen schwerstens verunglückt ist. Der weiß, wovon er spricht, wenn er handelt. Von daher war das auch psychologisch schon eine sehr wichtige Entscheidung, die der Bundesregierung etwas Atemluft gab. Steinhoffs Vergangenheit in der Wehrmacht behindert seine Karriere in der Bundeswehr nicht. Seine Erfahrungen als Pilot verschaffen ihm Respekt. Doch vor Amtsantritt stellt er Bedingungen. Er sagt, ich brauche Handlungsvollmachten, Entscheidungsbefugnisse, dass ich als Inspekteur entscheiden kann, was wir in der Luftwaffe und in der Bundeswehr ändern müssen, um dieses Flugzeug in den Griff zu bekommen. Steinhoff will das Zuständigkeitschaos im Ministerium beenden und die Unfallrate senken. In einer Luftwaffe, in der täglich sehr viel geflogen werden muss, werden Unfälle sein. Unfälle wie im Straßenverkehr, Unfälle wie in der zivilen Luftfahrt. Wir tun alles, Menschenmögliche, sie so niedrig wie möglich zu halten. Endlich greifen Maßnahmen, die schon Steinhoffs Vorgänger eingeleitet hatte. Es gibt mehr Hangars. Und die Luftwaffe kauft neue Schleudersitze. Die Briten hatten den Martin-Baker-Schleudersitz. Und den hat Steinhoff beschafft. Das war eine Großtat zu der Zeit. Und ab 1966, 1967 wurden dann die Flugzeuge umgerüstet. Auf diesen Sitz. Und das ging dann auch bald los, dass ich auf den Boden rausschießen musste. Und überlebte. Undenkbar vorher. Steinhoff stärkt auch die Ausbildung der Piloten. Die Steinhoff hat rückhaltlos gefordert, dass Meer geflogen wurde. Und dass Erfahrung aufgebaut werden konnte. Und dieses Meer fliegend hat dann auch für Erfahrung gesorgt und auch für die Verringerung der Flugunfälle. Dennoch hält die Unglücksserie der Starfighter noch viele Jahre an. Bis 1989 stürzen insgesamt 269 Maschinen ab. Aber die Unfälle enden nur noch selten tödlich. Während die Absturzzahlen sinken, fragen die Pilotenwitven noch immer vergeblich nach den Unfallursachen und sind finanziell schlecht abgesichert. Eine von ihnen wehrt sich. Gerlinde Landsberg. Schon die Beerdigung ihres Mannes empfindet sie als Farce. Da hat jeder eine Einladung gekriegt, jeder, der mit dem Toten in Verbindung war. Und dann hab ich gesagt, da geh ich nicht mit. Und dann hat die Mutter, bitte Gerli, geh du mit. Mir zuliebe. Und dann sind wir da hin, und dann haben wir einen Platz in der ersten Reihe gekriegt. Und dann hat jemand gepredigt. Aber das war so skurril irgendwie. Und dann bin ich wieder gegangen. Die Witwen bekommen nur eine kleine Rente und 40.000 Mark aus der Staatskasse. Sogenanntes Absturzgeld. Die Stabweiterwitven sind, so wie ich das heute weiß, vom Bund, vom Staat, böse im Stich gelassen worden. Das Leid der Witwen begegnet kalter Bürokratie. Die Verwaltung ist ein Graus, wenn es um menschliche Schicksale geht. Ich verstehe sehr viele Frauen, die verbittert waren. Vor allen Dingen dann, wenn es um Ansprüche oder Forderungen für die Versorgung für die verbliebene Familie ging. Das war kränkend. Das war schlimm. Immer wieder fordert Gerlinde Landsberg, den Tod ihres Mannes endlich aufzuklären. Bei der Bundeswehr stößt sie auf verschlossene Türen. Schließlich holt sie Hilfe aus den USA. Dann haben wir da den Belay, der beste Anwalt aller Zeiten angeblich, angesprochen. Und der hat sich dann beschäftigt mit den Papieren und war auch sehr fair und hat gesagt, das interessiert ihn und er wird damit sich auseinandersetzen. Und so hat er dann auch gemacht. Star-Anwalt Melvin Belay will den Flugzeughersteller in Amerika zur Rechenschaft ziehen. Und eine Sammelklage erhöht die Erfolgschancen. 1974 klagen 32 Pilotenwitwen gegen Lockheed. Die Piloten können nicht alle schlecht sein. Nicht so viele. Das wäre ein zu großer Zufall. Das wären zu viele Pilotenfehler. Die Bundesregierung verwirrt weiter den Einblick in die Akten. Schützt sie Lockheed? Oder sich selbst? Es weckt Zweifel. Es ist nicht die notwendige juristische Offenheit. Und es wirft dann natürlich Fragen auf, ob da nicht jemand mit verdeckten Karten spielt. Das nötige Material erhält der Anwalt nicht. Die Witwen bleiben in Ungewissheit. Es macht einen so wütend, wenn man so hilflos diesen Sachen gegenüber sitzt und so wenig machen kann. Melvin Berley schließt einen Vergleich. Lockheed zahlt den Witwen insgesamt 6 Mio. Mark. Der Kaufpreis eines Starfighters. Für jede Frau etwa 40.000 Mark. Ein symbolischer Sieg. Doch die Frage der Verantwortung bleibt offen. Die Bundeswehr entschuldigt sich irgend so was vielleicht. Das spricht sie nicht frei. Also überhaupt kein Geldbeitrag spricht sie frei. 1975 stellt Lockheed die Produktion des Starfighters an. In Deutschland wird er schrittweise durch neuere Modelle ersetzt. Endgültig ausgedient hat der Starfighter bei der Bundeswehr. Zum letzten Mal startete im oberbayerischen Manching eine Maschine vom Typ F-104 zu einer Ehrenrunde. Der letzte deutsche Starfighter hebt 1991 in Bayern ab. Das Ende einer tödlichen Ära. Von den 916 beschafften Flugzeugen stürzt ein Drittel ab. 116 Piloten sterben. Auch im Osten stürzen Kampfjets ab. Die MiG-21 kostet mehr als 50 DDR-Piloten das Leben. Die Verlustquote des Starfighters aber ist im Vergleich deutlich höher. Die Folge eines Beschaffungsfehlers und katastrophalen Managements. Eigentlich habe ich die Hoffnung, dass man die Waffen los wird. Aber das ist, glaube ich, auch eine kindliche Hoffnung. Aber die Geschichten darum werden immer bleiben. Der Skandal ist eine schmerzliche Lektion für die Bundesrepublik und die Bundeswehr. Überstürzte Aufrüstung im Kalten Krieg. Und die tödlichen Folgen für mehr als 100 Piloten. Aber bewiesen wurde nichts. Der Starfighter-Deal befriedigt militärische und wirtschaftspolitische Bedürfnisse. Die Luftfahrtindustrie in der Bundesrepublik Deutschland kommt erst nach 1956, 1957 ins Laufen. Die muss sich im Endeffekt neu etablieren. Lockheed bietet an, den Starfighter in Lizenz bauen zu lassen. Insgesamt 15 Nationen entscheiden sich für das Modell. In Europa entstehen 100.000 Arbeitsplätze. Im Einsatz sind 25 Werke, 3 Triebwerksfirmen und 36 Elektronikunternehmen. Das Flugzeug wird nach deutschen Extrawünschen umgebaut. Dadurch wiegt der Jet fast ein Drittel mehr als der amerikanische Prototyp. Jeder in der Luftwaffe wollte irgendwas Besonderes von diesem Flugzeug, was das Grundmodell nicht hergab. Und das führte dann dazu, dass für Deutschland eine eigene Variante des Starfighters am Ende produziert worden ist, gemäß den Beschaffungswünschen der Luftwaffe, die dann sehr, sehr weit entfernt war von dem Ursprungsmodell. Unter anderem war die Maschine dadurch sehr viel schwerer. Und im Grunde liegen da dann auch die Gründe für die späteren Unglücke, die geschehen sind. Die Umrüstung bedeutet auch für die Piloten neue Herausforderungen. Sie müssen ein Flugzeug steuern, das einer Rakete ähnelt. Man bekommt also einen Tritt in den berühmten Hintern und dann geht's los. Schon der Start ist riskant. Man muss sich dann sehr konzentrieren, weil der Starfighter so unglaublich beschleunigt, dass man nach wenigen Sekunden das Fahrwerk und die Landeklappen einfahren muss, sonst fliegen einem die Fahrwerkstüren davon. Da gab's ein Sprichwort, you have to treat her like a lady or she will kill you. Ein Kampfjet als die war, die auch mal launisch reagiert, beherrschbar nur von Top-Piloten. Wir waren Auserwählte und wir waren die Besten, auch wenn viele, wie sich dann rausstellt, überfordert waren. Wir waren trotzdem die Besten. Aber sie waren überfordert, weil der Flieger den einen Fehler, den die in ihrer ganzen Karriere gemacht haben, nicht verziehen hat. Der Flieger hat gesagt, nee, mit mir nicht, Boms. Ende der Fahnenstange. Wolf Beek ist damals Marinepilot. Er erlebt die Anfangszeit des Starfighters hautnah mit und fängt seine Erlebnisse mit der Kamera ein. Rund ein Jahr verbringt Beek auf der Luke Air Force Base in den USA und lernt Starfighter fliegen. Für mich war das der Traum. Das war für mich der Traum. Das wollte ich werden und das bin ich geworden. Im Grunde habe ich meine Hobbys alles zum Beruf gemacht. Während die ersten deutschen Starfighter-Piloten ausgebildet werden, schottet sich der Osten ab. Der Bau der Berliner Mauer führt vor Augen, wie schnell der Kalte Krieg heiß werden könnte. Deutschland liegt nicht irgendwo. Deutschland liegt genau an der Nahtstelle. Nicht nur der deutschen Teilung, sondern der Teilung des Kontinents und der beiden konfrontativen Blöcke NATO und Warschauer Pakt. Mit anderen Worten, wenn irgendwo es beginnt zu brennen, dann zuerst in Deutschland. Wo sonst? Der Feind zum Greifen nah. Das war im Prinzip ein ganz interessantes Szenario, weil dieser Warschauer Pakt direkt vor unserer Haustür lag. Natürlich haben wir von oben alle ihre Schießgebiete gesehen, wir haben ihre Basen gesehen, wir konnten ihren Funk hören. Während der Kuba-Krise 1962 steht die Welt kurz vor dem Atomkrieg. In den folgenden Jahren präsentiert das Westfernsehen den Starfighter als Abwehrwaffe. Die Kommandozentrale, kurz SOC, befiehlt den Einsatz von Abfangjägern. Feindberührung. Übung abbrechen. In der Hochphase fliegen 13 deutsche Verbände den Starfighter. Als Rückgrat der nuklearen Abschreckung. Für die Piloten ein eher mulmiges Gefahr. Damit ist auch Deutschland Akteur im Kalten Krieg zwischen den Supermächten USA und UdSSR. Verteidigungsminister Franz Josef Strauß will einer möglichen Gefahr aus dem Osten entgegentreten. Nach wie vor ist die Bundesrepublik durch das militärische Potenzial und die unverändert gebliebene politische und ideologische Zielsetzung der Sowjetunion einer ernsten Bedrohung ausgesetzt. Es ist der Beginn des Wettrüstens. Die NATO-Doktrin der sogenannten massiven Vergeltung soll den Warschauer Pakt in Schach halten. Die Sowjetunion und ihre Verbündeten oder Satellitenstaaten musste davon ausgehen, wenn sie mit einem kriegerischen Konflikt beginnen, werden die Weststaaten schnell zu Atomwaffen greifen, um diesen Konflikt auch zu beenden. Für einen solchen Atomschlag jedoch braucht die Bundeswehr ein geeignetes Flugzeug. Ein neues Modell des US-Flugzeugherstellers Lockheed kommt in Betracht. Der Starfighter. Besonders schnell, besonders steigfähig. Also das war der Maserati unter den Jets. Es gab nichts Vergleichbares zur damaligen Zeit. Diese Rakete mit einem Mann drin, mit einem Triebwerk, ultrakurzen Stummelflügeln und extremen Flugleistungen. Also das konnte man sich gar nicht vorstellen. Der Starfighter hält als erstes Flugzeug alle Rekorde gleichzeitig. Für Geschwindigkeit, Höhe und Steigrate. Das kraftvolle Triebwerk und die kurzen Flügel ermöglichen doppelte Schallgeschwindigkeit. Die US Air Force selbst kauft knapp 300 Maschinen. Zum Verkaufsschlager wird der Starfighter erst mit dem Auftrag aus Deutschland. Man hat sich auf dem Weltmarkt umgeguckt, hat zunächst mal 14 Flugzeugtypen bewertet. Wobei man dazu sagen muss, die meisten Flugzeugtypen gab es nur als Modell. Sodass die der Reihe nach ausschieden. Weil man sagt, das ist unkalkulierbar. Wir wissen auch nicht, wann das gebaut wird, wie lange das dauert. Und die MIG-Jäger sind nun mal da. Also es muss jetzt auch schnell gehen. Der neue Kampfjet soll ein Alleskönner sein. Die Luftwaffe hat sehr früh gesagt, wir müssen schauen, dass wir ein mehrrollenfähiges Flugzeug bekommen. Eins, das mehrere Aufgaben machen kann, weil wir sonst unsere eigene Organisation, insbesondere aber auch Logistik, Wartung, Instandhaltung überfordern. 1957 testen deutsche Experten drei Düsenjäger. Darunter den Starfighter. Doch der überzeugt nicht jeden. Die Marine will lieber einen Jagdbomber aus England. Mit zwei Triebwerken. Der Jet aus dem Hosenaukis verfügt nur über eine Antriebseinheit. Die Marine wollte das Flugzeug nicht haben, das ist heute bekannt. Wir haben es dann bekommen, weil wir natürlich mit der Luftwaffe, ein zweites Flugzeug konnte sich die Bundeswehr für die kleine Marine nicht leisten. Also in unserem Fall wurde dann einfach das gemeinsame Produkt Lockheed Starfighter gekauft. Der Starfighter kann Atomwaffen tragen. Strauss hat sich für Starfighter entschieden, aus einem ganz einfachen Grund. Nicht, weil das so ein dolles Flugzeug war, das war es auch, in vielfacher Hinsicht. Sondern, weil er mit der atomaren Rüstung ein bisschen liebäugelte. Die Amerikaner wollen Atomwaffen in der Bundesrepublik stationieren. Es ging jetzt nicht um sozusagen die Absicht von Strauss selber den Finger am Drücker von Atomwaffen zu haben, sondern immer integriert unter NATO-Befehl. Doch in der Bevölkerung regt sich Widerstand. Wenn wir Bundeswehr und Atomwaffen betrachten, dann stellen wir fest, dass wir auf der Straße eine lautstarke Unimischbewegung sehen. Nach den Grausamkeiten des Dritten Reiches wollen die Deutschen keinen Krieg mehr. Und schon gar keinen Atomkrieg. Man muss natürlich wissen, dass der Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki war 13 Jahre her erst. Das war sozusagen, wie gefährlich Atomwaffen sind, das war nun vor jedermanns Augen. Der Starfighter. Eine Wunderwaffe im Kalten Krieg. Doch die Überschalljets stürzen die Bundeswehr in eine ihrer größten Krisen. Als fliegende Särge. Starfighter war verbunden mit dem Begriff Witwenmacher. Und den Titel und den Begriff gab es zu Recht. Fast 270 Maschinen stürzen ab. 116 Piloten sterben. In Friedenszeiten. Im Grunde ist der Starfighter damit ein Todesengel. Die F-104 steht plötzlich für Korruptionsverdacht. Für tödlichen Pfusch auf Hightech-Niveau, der viele Fragen aufwirft. Bei so vielen kann es kein Pilotenfehler sein. Doch noch wird der Skandal heruntergespielt. Jede Luftwaffe der Welt muss bereits im Frieden mit einer gewissen Verlustrate rechnen. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat. Das ist eine böswillige Ehreführung. Sie haben getäuscht. Sie haben betrogen. Sie haben gelogen. Ich wiederhole mein Ehrenwort. Der 19. Juni 1962. Auf dem Fliegerhaus Nörvenich bei Düren ahnt noch niemand, dass dieser Tag in einer Katastrophe enden wird. Die Kunstflugstaffel der Bundeswehr probt den Formationsflug. Morgen soll der hochmoderne Starfighter feierlich in Dienst gestellt werden. An dem Tag herrschte wolkiges Wetter. Wir schauten den allen zu und es verschwand diese Viererformation in der Wolke. Drei deutsche Top-Piloten folgen dem amerikanischen Formationsführer. Wenn ich mich recht erinnere, er setzte er zu einer kubanischen Acht an. Das ist eine bestimmte Flugfigur, die auch einen Looping beinhaltet. Und als sie aus der Wolke rauskamen, dann wussten wir, das schaffen die nicht. Sie stützen nämlich senkrecht nach unten. Also die flogen zu viert in den Boden und sind explodiert. Die vier waren natürlich sofort tot. Da blieb nichts mehr über. Es gab dann die Rauchpilze in der Nähe von Knapsack, von diesem Braunkohlegebiet. Wir waren total geschockt, stellten die Maschinen ab und gingen die Staffel und waren fassungslos über das, was passiert ist. Aus der geplanten Premierenfeier wird ein erschütterndes Begräbnis und der rätselhafte Unfall zum Vorboten einer der größten Skandale der Bundeswehr. Seine Anfänge liegen schon Jahre zurück. Im Zweiten Weltkrieg legen deutsche Bomber halb Europa in Schutt und Asche. Nach Kriegsende wird Deutschland von den Alliierten entmilitarisiert. Rüstungsbetriebe erhalten ein Produktionsverbot. Zehn Jahre lang. Beim Aufbau der Bundeswehr kann man schon sagen, für die Luftwaffe, die neu aufzubauen war. Im Wesentlichen natürlich auch für Marien und Her gab es eine Stunde Null. Es war ebenso gut wie nichts da. Es musste alles neu beschafft werden. Der erste Bundeskanzler, Konrad Adenauer, will Westdeutschland in das militärische Bündnis der NATO einbinden. Nach der Gründung der Bundesrepublik war war für Konrad Adenauer klar, dass ein souveräner Staat über eine Armee verfügen muss. Er muss in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. 1955 gibt die NATO grünes Licht für westdeutsche Streitkräfte. Die Bundeswehr wird gegründet. Von dem Zeitpunkt an musste natürlich dann eine Armee sehr, sehr schnell aufgebaut werden. Darin lag eines der Probleme für die neue Bundeswehr, weil die Planungen der NATO für den Aufbau der Bundeswehr völlig überhöht waren. November 1955. Die Vereidigung der ersten Freiwilligen. Die Wehrpflicht wird erst ein Jahr später eingeführt. Insofern war immer die Frage, wenn wir welche haben, erhöht das ja auch die Bedrohung, dass wir mit Atomwaffen angegriffen werden. Protest erheben auch die Schriftsteller der Gruppe 47. Darunter Heinrich Böll und Günter Grass. 1958 sind mehr als eine Million Menschen auf den Straßen. Doch die NATO setzt auf atomare Abschreckung. Wir waren im Höhepunkt des Kalten Krieges. Wir mussten irgendwas darstellen. Wir mussten irgendwas hinstellen und mussten den anderen zeigen, Leute, wenn ihr uns eine Wäsche wollt, wir sind auch noch da. Und zwar mit Stafheitern. Und mit der Atombombe. Im Mittelpunkt der Beschaffung Verteidigungsminister Franz Josef Strauß. Schon damals umgeben mit Skandalen und Affären. Der Metzgers Sohn macht nach dem Zweiten Weltkrieg in der CSU eine Blitzkarriere. Er möchte mehr. Er möchte nicht nur Atomminister oder Verteidigungsminister sein. Er möchte letztlich irgendwann ins Kanzleramt. Und da spielt er auf allen Klaviaturen. Da benutzt er alle Netzwerke, um voranzukommen. Und das Verteidigungsministerium ist in dem Moment natürlich ein großes Ministerium, ein wichtiges, wo man mit allen wichtigen Nationen, die eine Bindung und Beziehungen zur Bundesrepublik haben, ins Gespräch kommt. Strauß scheint genau der Richtige für den Job. Strauß ist Flieger gewesen. Strauß ist jemand gewesen, der sehr durchsetzungsfähig war. Und Strauß ist jemand gewesen, der sich über Widerstände hinwegsetzte. 1956 lässt Franz Josef Strauß den Panzer HS30 für die Bundeswehr anschaffen. obwohl es bis dahin nur Modelle gibt. Medien berichten, der Minister habe bei dem Geschäft Millionensummen kassiert. Doch Beweise gibt es keine. Zwei Jahre später steht die Beschaffung von Kampfjets an. Die Bundesregierung favorisiert zunächst ein französisches Modell. Adenauer und Strauß wollten nicht den Starfighter, sondern sie wollten den Mirage. Ehrlich gesagt, nicht aus besonders gravierenden Sachgründen, sondern weil sie die französisch-deutsche Zusammenarbeit fördern wollten. Die gesamte Luftwaffenführung war für den Starfighter. 1958 reist Strauß zu Lockheed in die USA. Bei seiner Rückkehr weicht er Nachfragen aus. Es sind keinerlei Abschlüsse erzielt worden. Das heißt, zwei meiner Mitarbeiter haben für ihre Kinder gestern in New York noch Kinderpistolen gekauft. Das ist die einzige Waffe, die überhaupt während dieser Weise gekauft worden ist. Die Entscheidung jedoch scheint gefallen. Neuer Favorit ist plötzlich der Starfighter. Als die Bundesregierung im März 1959 Lockheed den Zuschlag erteilt, keimt erneut Korruptionsverdacht gegen Strauß auf. Jahre später kommt heraus, Lockheed hat weltweit Schmiergelder gezahlt. Unter anderem auch an Prinz Bernhard in den Niederlanden, der von allen Ämtern zurücktritt. In der Lockheed-Affäre wurde öffentlich, dass im Ausland Gelder gezahlt worden sind, Schmiergelder gezahlt worden sind, um den Auftrag für den Starfighter zu vergeben. Und es war hier zu befürchten, dass das auch in Deutschland passiert war. Sprich, dass Franz Josef Strauß und vielleicht auch noch andere einflussreiche Verteidigungspolitiker Schwarzgelder erhalten haben. Hat Lockheed auch an Deutsche gezahlt? Rüstungsaufträge und Korruption sind systemimmonent über alle Zeiten, weil das Riesensummen sind. Rüstung ist unfassbares Geschäft. Deutsche Ermittler wollen herausfinden, ob Strauß von Lockheed bestochen wurde. doch wichtige Akten sind plötzlich verschwunden. Das ist dann in Untersuchungsausschüssen, in Hunderten von Zeitungsartikeln, von investigativen, scheininvestigativen Artikeln, in einer sehr virtuosen Verdachtsberichterstattung ausgewalzt worden. Am Ende bleibt es dabei, dass die allgemeine Lebenserfahrung das für sehr unwahrscheinlich erachten lässt, dass ausgerechnet in Deutschland kein Geld geflossen ist. Viel. 60 bis 90, auch 100 Wochenstunden. Wir haben zwar fürchterlich viel Skat gespielt in der Zeit, aber die Belastung war immer unter dem Flugzeug hängt eine Atombombe. Mitte der 60er Jahre stehen in drei deutschen Geschwadern Starfighter für den Blitzstart bereit. Im Ernstfall sollen sie US-Atombomben tragen. Und der Ernstfall erscheint beiden Seiten jederzeit möglich. Im Training üben deutsche Piloten für den Tag X. Es lief einem schon den Rücken runter und man hat sich aufgedacht, was ist, wenn einer den Knopf drückt und es wurde ja mehrfach fast der Knopf gedrückt. In einem Atomkrieg droht den Piloten ein Himmelfahrtskommando. Wenn mir einer befohlen hätte, du steigst da jetzt ein und du kriegst die A-Bombe drunter und du fließt jetzt nach Rostock-Lage oder nach Warschau kommst aber nicht wieder zurück weil Sprint nicht reicht, dann wäre ich dahin geflogen. Und meine Frau lacht immer, wenn ich sage, ich hätte auch getroffen. Noch vor der offiziellen Indienststellung gibt es die ersten tödlichen Unfälle. Der Absturz der Kunstflugformation im Juni 1962 ist ein Schock. Am nächsten Tag sollte der Starfighter seine festliche Premiere am Himmel geben. Stattdessen finden drei deutsche Piloten den Ton. Bis 1964 stürzen insgesamt 19 Maschinen ab. Neun Piloten sterben. 1965, 66 ist wirklich eine Katastrophenzeit, weil die Bundeswehr innerhalb von 18 Monaten 44 Starfighter verliert. Das ist ein ganzes Geschwader. Die Unglücksserie reißt nicht ab. Es stürzen immer Flugzeuge ab. Auf viele. Aber es sind Jahrhunderte abgestürzt. Und das ist ein so, im Grunde ist der Starfighter damit ein Todesengel. Und innerhalb kürzester Zeit stürzen die, fallen die vom Himmel. Und sie fallen regelrecht vom Himmel. eine Schwachstelle ist das Triebwerk. Es ermöglicht Höchstleistung, ist ammeranfällig. Fällt es aus, stürzt die Maschine wie ein Stein zu Boden. Achillesferse des Starfighters war und blieb die Einmotorigkeit. Ein großer Vogelschwarm und die Reise konnte zu Ende sein. Ein Kampfjet, der bei Problemen den eigenen Piloten tötet. Das Flugzeug verzeiht nichts. Wenn sie die Limits überschreiten, gibt es auch nicht die Möglichkeit, noch mal ein bisschen kräftiger ziehen. Und ich schaffe das schon. Nein, das geht nicht. Der Flieger hat seine Parameter und wenn sie die überschreiten, dann geht es nur noch in eine Richtung. Neben dem Triebwerk gibt es weitere Mängel. Der Schleudersitz, Modellbezeichnung C2, kann zur tödlichen Falle werden. Ich hätte mit dem C2 Sitz damals keine Probleme gehabt. Warum? Ich war genau 1,75 groß und 75 Kilo schwer und das waren die Design Kriterien für diesen C2 Schleudersitz. Das heißt, der absolute Durchschnitts normalen Mensch kam mit dem Ding gut raus. Was anderes war, ist, wenn jemand kleiner war oder dicker oder schwerer oder größer. Ein weiteres Problem ist die offene Schubdüse. Manchmal öffnet sie sich komplett, ohne danach wieder zu schließen. Der Schubverlust wird zum Verhängnis. Das war ein riesengroßer Skandal, den ja letztlich die Ursache dafür war, dass Flugzeug noch gar nicht so fertig war, wie es eigentlich sein sollte. Das Flugzeug war eigentlich mit der gesamten Logistik noch gar nicht so